So ihr Lieben, weiter geht's im Text. Moin, 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 moin. So, wir haben jetzt ein paar Zigaretten geholt, aber wir hatten das Thema schon mal mit dem Rauch und dem LKW. Ja, das Ende vom Lied war, dass Jürgen in der Leitplanker hink. So, ja, gucken wir mal, ob noch alles dran ist. Alles da, alles da, alles da, alles da, yeah. Ja, ja, komische Radlader hinten drauf. Gut, dann fahren wir mal weiter. Was hat er da drauf? Mähdrescher, ne? Alles aus dem Landwirtschaftssimulator. Yeah. Dann wollen wir jetzt mal so langsam, aber sicher weiterfahren. Text hier. Wow, Jürgen. Ja, ja, das ist, wenn man aufs Handy guckt, ne? Dann ist es ja nicht so gesund, ne? Habe ich mal gehört. Ich glaube, so ganz tief rein nach Polen müssen wir heute gar nicht. Schauen wir mal. Wir kommen schon klar. Also, ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden, bis auf diese Markendurcheinanderbringerei. Aber ansonsten finde ich es super. Okay. Also, ich muss sagen, 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 ich muss sagen Dürfen ja nicht so schnell fahren. Da war ja irgendwas. Ja, weil wir ja diesen mit Grund-Kennleuchte fahren und hast du nicht gesehen. Genau. Also im Multiplayer sollte man das ja nicht machen, ne? Mit dieser Kennleuchte, weil das ja immer Proformance-Probleme gibt, ne? Wisst ihr ja. Ja. Die Sonne, die blendet teilweise ganz schön heftig, du. Jetzt müssen wir uns hier gleich einfädeln. Jetzt biegen wir nämlich falsch ab. Wir müssen da richtig in Leipzig. Leipziger allerlei. Ja, wir hatten jetzt erst den 3. Oktober am Freitag. Tag der Deutschen Einheit. So früher mal eben nach Leipzig fahren, wäre man nicht mal eben so einfach gewesen. mit vielen Genehmigungen und Grenzen und hast du nicht hier sehen. Und dann diese schönen Betonautobaden mit diesen Betonplatten. Ich weiß das noch. Ich bin mal einmal rüber gewesen, kurz nach Grenzeröffnung und das war fürchterlich. Die ganzen Autobahnen, nur so Betonplatten. Bam, 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 bam. Sehr gesund fürs Material hinten drauf. So. Aber wie ihr seht, sehen wir, wir haben richtig schöne Autobahnen jetzt. Naja, Aufbau West, äh, ne, Aufbau Ost, sorry. Den sogenannten Soli. Jetzt fädeln wir uns mal wieder in die Mitte, sonst biegen wir falsch ab. Jetzt kennen wir ja schon das Spiel. So, jetzt fahren wir nämlich nach Nürnberg und da wollen wir jetzt mal nicht hin. Nach Nürnberg, nach Nürnberg, nach Nürnberg, genau. Jo, und jetzt fahren wir ein Benzinis. Wir bleiben jetzt noch auf der Mittelspur, sonst haben wir gleich wieder so eine scheiß Abbiegespur, glaube ich. So wie ich das sehe, müssen wir nämlich hier draufbleiben. Äh, ja. Ich glaube. Wir glauben nicht, das ist ein Autobahnkreuz, Jürgen. Ja. Deswegen bleiben wir jetzt hier noch auf der Mittelspur. Weil das ein sogenanntes Autobahnkreuz ist. Nein, hier bleiben wir noch drauf. Sonst macht's Bums. Wir lassen den Sehen jetzt erstmal überholen. Und fädeln uns dahinter ein. Man muss auch im Spiegel gucken, mich einfach rüberziehen, ne, Malz? Also, laut Herbst, und haben wir Herbst. Och, echt. Ja, Jürgen, haben wir. Also, ich bin mir jetzt sehr zufrieden mit dem Mercedes. Der fährt sehr gut, fährt ruhig. Baustelle. Da knallen wir natürlich nicht so einfach durch. Also, man merkt die 25 Tonnen. Aber ich sag euch, so wie der Dafta reagiert hätte, ich glaube, da wären wir schon hundertmal stehen geblieben. Sehr schön. Schöne Landschaft. Ja, ich seh's grad so nebenbei. Jürgen, du sollst nicht fernzugucken nebenbei. Das ist verboten. Also, wir hatten, ähm, jetzt bei dem großen Preis von Japan, wir haben ja heute Sonntag, den hab ich zwar leider nicht gesehen, schweren Unfall gehabt. Und da ist einer, der Franzose, glaube ich, in ein, ähm, ähm, sagt mal schnell, in so ein Bergungsfahrzeug reingeknallt, was eigentlich die, die Rennwagen von der Autobahn holt. Und volles Löttchen da reingepfiffen. So, wir müssen wieder in die Mitte. Und der hat schwerste Kopfverletzungen und das muss man nachher hören. Das ist am Spielen immer schwierig. Ich hoffe, er schafft's. Ja. Die Nachrichten mag ich gar nicht reinsehen, ey. Wenn du, was, guckst mit diesen scheiß IS-Terroristen da, diese Idioten. Man sollt's alle platt machen. Das ist meine Meinung. Das darf ich jetzt auch bei YouTube sagen. So, bäh. Ich glaub, da hab ich eure Meinung auch mitgetroffen, oder? Ja. Schreibt's in den Kommentaren. Jo, jo, jo. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen mehr auf. Jetzt merkt er, jetzt muss er auch ein bisschen ackern, ne? Aber der macht das ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Ja. Check's. Ja. 1717 Universe. J손. Ja. Ja. Ah, er scheint ein Flugfeldlöschfahrzeug da oben drauf zu haben. Ja, ein Flugfeldlöschfahrzeug hat er drauf. Schauen wir jetzt hier gleich wieder rüber, oder? Es ist nicht so aus, dass du mir jetzt auch... Wir bleiben jetzt mal dahinter, weil wir nämlich weiter geradeaus müssen. Wir müssen jetzt Richtung Berlin-Leipzig immer noch. Wir fahren eine schöne Strecke Richtung Berlin-Leipzig. Ah, ist das ein schönes Auto. Also ich bin zufrieden bis jetzt. Aber Durst hat man LKW, seht ihr das? Ja. 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 Das klappt doch gut hier, was wir hier machen, oder? Das Vogelgezwitscher auf der Autobahn. Na ja. Ja, wir müssen ziehen. Wieso? Dann ist mir da jetzt einer hinten drauf gebumselt. Idioten. Ja, oder du, Juni? Ja, schauen wir mal. Wunderbezeichnung, 0% Schaden. Er sagt, ja, ich habe einen Unfall verursacht. Ja, ich muss für jede Scheiße nur bezahlen, ja. 22.04 Uhr sollen wir eintreffen. Bin ich mal gespannt. certainty ... J круг ... ... ... ... ... ... ... ... No 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 Da 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 Berlin-Magdeburg Wir kommen der Sache näher Ups In der Sinne so ein rotes, tolles Auto Dann fädeln wir uns jetzt mal dahinter Wir wollen ja nicht so rasen Na gar nicht So ganz so verkehrt sind wir gar nicht Wir sind schon über 15 Minuten Nicht aber daran Dass ich bis jetzt kein Parkplatz gefunden habe Jojojo Oder irgendwie sowas in der Art Muss man ja mal schauen Jetzt quälen wir uns mal den Berg hoch hier Also ganz so quälen muss er sich gar nicht Obwohl da 25 Tonnen hinten drauf sind Mal mal jetzt kurz gucken hier Weltkarte Ja Gleich haben wir die nächste Tankstelle Gut Die müssen wir jetzt schaffen Jetzt müsst ihr aber ein bisschen Geduld mit mir haben Ach guck mal da In einem Kilometer LOL LOL Ich muss auch pipi Ihr auch Also allgemeine Tankpinkelpause So ihr Lieben wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Tschüss Tschüss